Hallo, da bin ich wieder. Ich glaube, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. So ungefähr vielleicht. Ah ja, da ist sie. Ah, schön. Okay, gut, man sieht mich. Ich fühle mich noch etwas einsam heute. Ah, ich gehe schon mal in den Großbildschirm. Sag mir mal, ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Hallo erstmal. Also erstmal, hallo Nadja, hallo Jenny, hallo Joe Fire, hallo Deppengaming, hallo Lukas, hallo Nüff, hallo Sahin, hallo Playground TV. Juhu, kommt gleich on. Hallo Dunest, hallo Kaikri, hallo TV Serco, HD Minecraft Vlogs, hallo Jens, MMM, hallo Charlo, hallo Leon, äh, Leon LP, Melon Krieger, äh Krieger. Hallo Emre. Ich glaube, die Musik ist, ja, ist sie gut? Okay, nicht zu laut. Falls ja, müsst ihr mir Bescheid. Doch, Musik ist zu laut, okay. So, eventuell. Hallo Ananas, hallo Ari. Hallo Kartöffel. Hallo Battleflip. Ja, ich habe, ähm, heute mal ein anderes Programm, deswegen muss ich mal kurz die Einstellung ein bisschen testen. Wie ihr seht, äh, ah, wie ihr da oben sehen könnt, über mir läuft jetzt immer das Lied, was gerade läuft bei mir entlang. Also wenn jetzt jemand wissen will, was da gerade läuft, einfach da oben gucken, dann wisst ihr, was da los ist. Ich habe irgendwie mal Lust gehabt, das zu machen. Es wäre cool, wenn ich das irgendwann auch nochmal hinkriegen würde mit Musikwünschen und sowas. Das wäre auch cool, wenn man sich das einfach so wünschen könnte. So, okay, ähm, wen habe ich noch nicht hallo gedacht? Was? Habt ihr da? Habt genügend zu trinken, zu essen? Ja, ich weiß nicht so genau, ob ich genug habe. Ich muss sonst irgendwann mal zwischendurch was holen, wobei ich vergesse eigentlich immer zu essen, wenn ich hier streame. Hallo Shishi. Hallo Vanessa. So ist besser, okay, sehr, sehr gut. Ja, ich grüße dich natürlich, Janis. Hallo. Schöne Grüße. Heute wieder gemütlich, ja, ich hoffe doch. Ich bin ja noch ganz alleine, insofern wird es für mich ein bisschen gemütlicher. Ich werde echt geärgert jetzt gerade aktuell, aber später kommt der Ben auf jeden Fall noch dazu, hat er gesagt. Sascha kommt nachher auch noch, hat er erzählt. Ähm, Jackie weiß ich leider gar nicht. Ist Jackie schon da? Jackie, suche Jackie, wo ist Jackie? Hm. Hm, ja genau, Alf kommt auch. Bei mir laggt es. Okay, sonst nochmal aktualisieren vielleicht. Bei mir ist es aktuell, sieht es so aus, als ob ich da bin. Hm, ich bewege mich hier gerade mal. Bei mir sieht man auf jeden Fall kein Problem. Was? Mir und Charlo? Was ist mir und Charlo? Hm? Du hast so schöne Haare. Was? Ich habe gerade heute voll das Problem gehabt. Ich war eben noch im Bad, dachte so, Gott, was mache ich denn? Ich hatte nur so einen komischen Zopf und hatte mir mit nassen Haaren das so hoch gemacht. Und jetzt, naja. Okay, ist es bei euch auch, wenn ich, ist es bei euch auch irgendwie weg? Nee, oder? Es laggt. Nee, es laggt nicht. Okay. Jot sei Dank. So, kommt auch Alpha hier beantwortet. Dankeschön, TV Serco. Vielen Dank. Ach so, Jenny, genau. Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich nochmal an dieser Stelle. Jenny hatte ja Geburtstag vor... Ich weiß gar nicht, wie viel der heute ist. Auf jeden Fall vor zwei, drei, drei Tagen, glaube ich. Drei Tage? Zwei? Irgendwie so. Auf jeden Fall hatte sie Geburtstag und herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Irgendjemand hatte nochmal gestern Geburtstag. Wer war das? Ist ja jemand, derjenige auch gerade da. Dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Direkt vor einer Stunde aus dem Bett gekrabbelt. Und ich war eben gerade noch so müde. Ich dachte noch, oh, lege ich mich nochmal hin. Aber wenn ich mich nochmal hingelegt hätte, ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht mehr online gegangen. Dann wäre es vorbei mit mir. Lex behoben. Sehr schön. Vanessa, ich dachte, du bist im Urlaub. Vanessa ist im Urlaub? Ich weiß nur, dass... Wer war nochmal im Urlaub? M-M-M-M. Yvonne und Pascal sind doch im Urlaub. Oder? Ben Mastervoll, hallo. Aua. Ich bin da selber geschlagen. Ben, wann kommst du denn? Hallo, Leon. Leon, wollte ich sagen. Ich halte, dass ich anders heiße auf YouTube. Ach so. Mann, Jackie. Nenn dich doch nicht um. Hallo, Play One TV. Ich bin zu blöd. Ja, Jackie. Nenn dich doch einfach Jackie. Joe. Wie vorher. Wenn ich noch nicht hallo gesagt habe. Mio und Charlo. Ach so. Ach so. Drache, Drache, hallo. Jetzt habe ich es verstanden. Doch, Charlo habe ich hallo gesagt. Hallo, Poke Clash. Herzlichen Dingsbums noch. Und dicke Eier. Was sind meine Insider? Ja, Wub Wub auf jeden Fall. Full HD? Ist kein Full HD? Ist kein Full HD? Was war das für eine Frage, Ben? Am Mittwoch, genau. Am Mittwoch hatte ich ein logisches Denken. Hey ho. Hallo, hallo Heike. Ich bin Mittwoch in der Türkei und bin nicht bei euch. Was? Drei Monate? Aber kannst du da nicht, kannst du von da aus nicht gucken? Das ist ja auch traurig. Dann werden wir dich vermissen. Kann ich heute TS-Kom-Chat vorlesen? Ne, ich glaube, heute wollte ich mir generell nicht so groß lassen, die Runde, sondern nur die Leute, die auch wirklich dabei sind. Es ist uns immer sehr, sehr voll und es geht immer so viel durcheinander, dass man kaum noch irgendwas versteht. Hab es heute, bin um drei Uhr wieder hier gewesen. Ach so, heute wieder gekommen. Kannst du dein Haus von innen zeigen? Also das hier ist ja jetzt gerade nicht mein Haus, sondern das hier ist ja das Restaurant, was jetzt hier entstehen wird. Hier sieht man noch, dass hier so eine Schräge wahrscheinlich entstehen wird. Dann hat man hier wie so eine Markise soll das aussehen am Ende. Hier kommt dann noch irgendwie Bambus oben drauf. Hier hinten ist die Küche. Zeige ich auch nochmal kurz. Hallo Alizea. So, das hier ist die Küche und beziehungsweise es wird die Küche. Hier kommen dann noch überall Regale hin. Hier muss natürlich noch alles eingeräumt werden. Hier haben wir natürlich auch noch keine Essensvorräte oder irgendwas. Das muss natürlich richtig aussehen wie eine Küche. Als ob man hier auch richtig arbeitet und so. Hier ein schöner Kamin. Hier haben wir eine schöne Uhr. Die kennen wir auch schon. Hier haben wir die Tische richtig schön gedeckt. Es geht nicht von da aus. Ich bin traurig. Full HD. Ist alles gut. Okay. Hm, kämisch. Hast du schon mal was von der Serie Dragon Ball gehört? Na klar habe ich davon gehört, aber ich gucke die nicht. Hey, Stürbi. Sehr schön. Noch ein Mod mehr. Das freut mich doch sehr. Das hier ist mein Haus. Heute, nee, heute kommt immer noch kein Dead by Daylight. Ich brauche erstmal ein paar Leute, die irgendwie Lust haben, mit mir das zu spielen. Und ich brauche unbedingt Ben, der das mit mir spielen will. Weil ich spiele es nicht hier alleine. Ich bin gestorben. Ich sterbe innerlich. Ich kann das nicht alleine. Ich muss mal kurz diese Bilder hier demontieren. Na, hey, Manny. Hier, meine Badewanne. Zanzhaare am Baden. Ich glaube, den baue ich jetzt auch mal ab. Das nervt mich auch immer hier. Dieser komische. Alle liken. Spiel nebenbei Splatoon 2. Ah. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Das ist dieses... Ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Nein, Schweder Lake. Was ist hier los? Ich muss heute früh aufhören, weil ich ja morgen sehr früh raus muss zur Parktour. Oh Gott, ja, du mit dem Park. Oh, das ist so cool. Hast du es gut. So, hier habe ich einen Vogelkäfig, wo irgendwie nur noch ein einziger Vogel lebt. Leider, der irgendwie sich da oben festgebackt hat. Ich hatte richtig viele schöne, viele Vögel. Alle verschwunden. Mein schönes Keksglas. Was ich geschenkt gekriegt habe. Hier ist meine Rüstung. Hier kommt mein Schwert. Wo ist eigentlich mein Schwert? Mein Schwert ist weg. Ich habe auf jeden Fall irgendwo ein Schwert. Wie lange machst du heute den Stream? So lange ich die Lust habe. Pinke Treppen, what the fuck. Weg damit, dem Schild. Noch mehr Pink. Ja. Raymond war hier. Ich weiß. Mann, ey. Ich glaube, das lasse ich. Ich tue so, als sei das irgendwie ein Poster oder so. Es lebte mal eine kleine Zanzi weit, weit weg. In der pinken Buttenwelt. Aber irgendwann hatte sie zu viel pinke Scheiße gebaut. Das ist nur noch die Farbe Pinker. Was sehr schlecht war. Zu viel Pink. Nein. Ich lasse das. Pinke Herzen. Ja, die habe ich auch geschenkt gekriegt. Pink. Strömchen bis um 6 Uhr. Nein. Das ist pinke Leitern. Und irgendjemand muss mal seinen komischen Grabstein hier mitnehmen. Das ist nicht meiner. Ich weiß nicht, wessen Grabstein das ist, der hier rumsteht. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 30. einen 5. Geburtstag. Keine Serie, sondern eine Anime. Aber, naja. Aber es wird ja schon als Serie gezeigt. Also eine Serie bedeutet ja eigentlich im Grunde nur, dass es mehrere Sachen von einer, ne? Man könnte ja auch sagen, Harry Potter ist eine Buchserie. Runde der doofen Fragen. Es eröffnet. Was streamst du? Wie lange streamst du? Wie alt bist du? Ich werde nebenbei bei WoW. Was? Auf der blauen Seite? Nein. Aus. Pfui. Kein Hortler. Wie kannst du nur? Pinke Wand. Weg. Start, Bonja. Alph, nicht in diesem Ton. Könntest du nochmal Layers spielen? Das war so cool. Du musst mal Ben dazu überreden. Der muss das ja mit mir spielen. Ich habe schon ein paar Mal gefragt. Der will nicht. Bestech ihn mal irgendwie. Ich könnte ja eine Anmeldung senden über E-Mail fürs nächste Jahr. Ups. Jetzt habe ich das auch weggemacht. Ach so. Wie? Was ist das denn schon wieder? Wie für so eine Parktour oder was? Das ist ja krass. Oh, hallo. Kolle. Kolle ist auch da. Botja. Yeah. Hallo Jan. Komme ich ja gerade richtig zur doofe Fragerunde. Was? Du weißt schon, wie Moderatoren... Wo ist Alph? Alph ist auch da. Der kommt hoffentlich später. Stößt später noch dazu. Was? Da merkt das einfach niemand. Geht schon los. Was? Wie lange geht der Stream? Bei der Horde gibt es keine Zwerge. Ja, ich will doch kein Zwerg spielen. Ich bin Blutelf. Nein, eigentlich bin ich Troll. Gebürtiger Troll. Oh Mann ey, habe ich danach viele Schilder. So, das ist übrigens ja genau mein Vorraum hier für meine Pooletage. Ich sollte ja eben schon mal ein bisschen mein Haus zeigen. Ben, ich habe ja ein Gewinnspiel bei beiden Panini gewonnen. Was? Bei beiden? Display? Boah, krass. Hallo Raymond. Na toll. Ich baue gerade seine Schilder ab. Jetzt kommt er auch noch. Ja. Der hat seinen Namen gehört. Unfassbar. Hier, das ist der Baderiese. Der badet hier schön in meinem Jacuzzi. Jetzt spiele ich Bad Wars. Ach, viel Spaß beim Bad Wars spielen. Erstmal Streamlighten. Check. Könnte ich jetzt Mut? Ben, du bist raus, ey. Gleich in Mut. Tschüss, Colle. Was? Echt? Bist du echt schon wieder weg, Colle? Was ist los mit dir? Lucky Block holen und Pizza. Oh. So. Okay, wir zeigen jetzt noch einmal hier. So sieht das hier aus, ne? Hier sind überall, wuhu, verschiedenfarbige Etagen. Jeder hier kann sein Zimmerchen haben. Ach so, ne, hier ist ja gar keiner. Ups, aber. Hier wohnt jemand, genau. Hier wohnt Jackie. Jedes Mal muss ich immer wieder irgendwas zeigen. Oh, ich bin zu dick. Hier wohnt Ben. Alles in Rot, ne? Lieblingsfarbe. So. Sashi wohnt hier. In grün. Sehr schön. Und hier, glaube ich, die restlichen Etagen sind noch gar nicht belegt. Hallo, Markus. Uah. Was? Du hast die Autoprüfung verkackt. Nein, das ist ja blöd. Oh nein. Was? Die Theorie oder die Praxis? Äh. Hallo, Elli. Theorie ist ja nicht ganz so schlimm. Praxis wäre ein bisschen blöder, ne? Okay, bis später, Colle. Ich fahre kurz mein LKW. Was? Kommt ich gut? Oder wie, was? Ja, ich grüße den Yannick auf jeden Fall. Schöne Grüße, Yannick. Nach Amsterdam? Was redest du da, Yannis? Hm, beim nächsten Mal klappt das. Wir haben gewonnen, müssen fünf Minuten Pizza essen. Irene, ja, Marc. Ich kenne dich noch, natürlich. Hallo, bin TS. Ach so, ich muss dich moven. Oh, was? Ihr esst jetzt alle die ganze Zeit. Wie fies ist das denn? Ihr esst mir voll was vor. Moment, ich muss kurz raus. Tamm, ich muss mal hier kurz ziehen. Hallo, Faisal. Spiel nochmal. Ja, ich hab's doch gehört, Vanessa. Musst du nicht, sag es nicht mir. Sag es bitte, Ben. Weil Ben muss unbedingt mit mir spielen. Ich kann's nicht alleine. Ich bin zu großer Schisser dafür. User was moved to your channel. Hallöchen. Hallöchen. Hallo, Alex. Anisea, viel Spaß. Boah, cool, in Urlaub. Aber ich war ja gerade erst. Ich darf jetzt nicht nochmal. Ach so, Elkann ist der Monitor. Ich wollte gerade schon sagen. Boah, ich musste gerade die Musik von Minecraft runterstellen. Boah, hab ich mich erschrocken. Was? Ja, hast du so laute Musik drin? Ja, weil ich muss das komplett neu machen mit Sascha letztens. Zwei Tage war gebraucht. Oh, das ist ja blöd. Ja. Weil der hat bei dem anderen ein Update gemacht, was er nicht sollte. Also bei dem Kopieordner. Oh. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sascha ist eingeschlafen. Was? Ja, weil dem geht's nicht so gut. Wir müssen ihn heute auch noch aufnehmen, später. Okay. Und dann hat er gesagt, er legt sich jetzt erstmal kurz hin. Oh, okay. Dann soll er erstmal wieder besser. Ach so, Entschuldigung. Warte, ich wollte doch kurz zeigen, was hier oben ist. Ein Fantreff in Hamburg. Ja, das könnte ich durchaus machen. Wenn da überhaupt jemand kommen will. Ich weiß nicht, das ist ja für mich relativ einfach, weil ich bin ja eh hier. So, das hier ist unsere Turm-Disco. Das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Hier, schön oder alles schön bunt. Alles glitzert und blinkt. Ja. Hallo, Caro. Ich bin eigentlich im Spiel, weil ich hab die IP nicht mehr. Kannst du mir die vielleicht irgendwie... Oder eigentlich gar nicht... Ja, der ist... Ich weiß nicht, ob der gerade da ist. Hallo, Christian erstmal. Und dann... Wieso die schönen Schilder? Jetzt hab ich ganz viele schöne Schilder in meinem Inventar. Klassenfahrt am Sonntag? Oh, du hast dort kein Internet. Oh. Ja gut, im Urlaub ist das ja so. Ja, aber es ist ja schön. So, muss ich nochmal kurz wieder raus. Dann muss ich nochmal hier kurz... Warte, wie krieg ich denn jetzt... Wie komm ich denn jetzt persönlich an die Server-ID? Wo sehe ich die denn? Ähm, ja. Dann sieht man das ja, wenn ich gucke. Das ist ja total dumm. Ja. Nee, das geht nicht. Das muss wer anders machen. Ich schreib mal Sascha nochmal. Ja, schreib mal Sascha. Oder schreib mal in den Chat, falls Ben uns hört. Äh, hört. Ja, hört. Wobei, wenn er uns hört, musst du dann auch nicht schreiben. Das war richtig. Das war total blöd. Ich hab ein paar neue Lieder runtergeladen übrigens. Also von, ne, von den Dings hier. Von, wie heißen die? No Copyright Sounds. Natürlich alles, ne. Free to use. Das Lied war total wenig geliked. Ich fand's mega. Hihihi. Sascha hat mir ja noch geschrieben, dass du Livestream machst. Das ist sehr nett von ihm. Ja. Das kam wieder. Das kommt alles so plötzlich für mich auch immer. Ich bin auch immer so, oh Gott, ich streame, was? Hallo, how to Sky Wars. Ah, Sahin. Megaherztrunde. Du, Alf, du müsstest mir nochmal die IP schicken, ich hab die nicht mehr vom Server. Alf, genau. IP schicken, bitte. Und ich kann's ja nicht machen, weil dann sieht man ja sonst meinen Screen hier. Meinen Bildschirm, mein ich. Ich kann nicht gucken. Hab ich Markus schon Hallo gesagt? Ja, hast du, glaub ich. Können wir uns mal in Hamburg treffen? Ja, also wenn, dann mach ich wirklich irgendwie, aber ich weiß nicht wo. Wie macht man sowas? Ich hab doch keine Ahnung. Geht heute immer sehr früh los, ne? Aha. Toll, jetzt haben wir einen Sandsteinblock. Ah, das braucht doch keiner. Ja, da. Ach genau, Strohballen, die brauch ich auf jeden Fall. Ich leg hier mal kurz die Schilder ab. Kurz AFK, okay, bis später, Emre. Oh, Emre ist heute gar nicht gut. Ich wollte, siehst du, ich hab schon gemerkt, Emre ist heute gar nicht gut, genau. Oh, Alf. Nö, die Rache für den Spruch. Tja. Hallo, Kokosraspel TV. Ach, das ist ja cool. Njam. Kurz AFK an alle. Bis gleich, Shishi. Alle AFK, keiner mehr da. Okay, dann kann ich ja machen, was ich jetzt will. Ich mach jetzt irgendwas. Ach nee, Quatsch. Das kommt ja noch hochgeladen, verdammt. Ah, hallo, Daniel. Ja, eben. Hallo, YouTube-Fnaf-K-Boy. Nein, nein. Nein, die Geschichte, die Geschichte hab ich gelassen, Raymond. Die hab ich gelassen. Ah, Mom. Ah, endlich wieder besser, die Erkältung. Das ist doch schön. Hallo, Kenny. Kenny ist tot. Nee, Moment mal. Warte. Bevor ich jetzt losrenne hier und hab gar nichts zum Bauen. Was brauch ich denn? Toll, ich hab ein Ei. Was ist, ey? Kommt jemand. Komm mal rum. Wo oben? Ach so. Ja, im Tier. Haha. Ich kann sowas. Ja, ne Deckel. Guck mal oben. Was? Jackie ist da. Dann hängst du oben wie Spider-Mense. Genau. Und das Gruselige ist, hier fliegt gerade eine Kuh vorbei auf dem Rücken. Ja, ist bei der Schweine, ey. Guck mal da. Wo? Meine Kreiselkuh auf dem Rücken. Oh. Wieso ist die hier? Die gehört doch in die Strandbar. Warte mal, soll ich die mal zurückschieben? Ja. Oh. So, komm mal mit. Komm, komm mal mit hier. Hm? Mädchen. Na, komm. Oder hab ich jetzt noch eine neue gefunden? Das wäre auch witzig. Nein, in die Richtung. In die Richtung. Komm. Hast du dir einen Namen gegeben? Nee, die heißt Dinnerbone. Warum auch immer. Ja, aber wer war das? Ich glaube, die heißt so, dann dreht sie sich auf den Kopf. Ich glaube, man muss sie namen. Ach so. Nein, 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 nein. Stopp. Hallo. Madame, Madame. Nein. Hier lang. Ja, genau. Nein. Ah. Komm schon, komm schon. Warte mal, hab ich nicht noch eine Leine? Da. Ich hab eine Leine. So. Komm. Ich zieh die hier mal. Gott, das sieht ja aus. Schlitter, Schlitter. Oh, die Kuh, ey. Hihi. Gehen wir da da lang, hä? Mu? Mu? Oh nein, oh nein. Ich hab gleich ein Steak aus Versehen. Ich hab die durchs Feuer gezogen. Uch. Oh nein, stell dir mal vor, ich hab da so ein Steak an der Leine. Wäre doch lustig. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin nicht Rest in Peace. Hallo, X Detox. Nein, das war natürlich ein Spaß. Hallo, Toast Gorilla. Hallo, Hockey Club Davos. Er ist auferstanden. Spielst du mal auf dem MC Server? Alf will das nicht. Ich will das ehrlich gesagt auch nicht so. Danke, Alf. Oh, Moment. Unsere Kuh ist ja noch hier. Ja, ich komm jetzt auch. Oh, hallo. Vor mir stehst du gerade. Was soll ich sehen, ne? Ist sowas gekommen, ja? Ja, ich weiß. Beim Parcours laufen die Hand gebrauchen. Oh, nö. Ja, Parcours ist relativ gefährlich, ne? Er war doch sozial. Hui. Er war doch sozial, das ist ja nett. Ist echt nett. Ist ein guter, ne? Ja. So, warte mal. Kann ich die jetzt hier absetzen? Ach, guck mal. Ich kann die hier absetzen. Ich glaub's ja gar nicht. Ahaha. Huch. Ha, 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 ha. Guck mal. Schön. Sehr schön. Total. Ich besorge uns Gäste. Die zahlen zwar schlecht, aber naja. Wenigstens geben sie Milch. Warte mal. Oh, dankeschön, Gombra HD für dein Follow. Wir scheißen uns hier die Hütte zu, ey. Vielleicht kann ich die ja auf dem Koffer auch melken. Moment, ich muss ja kurz erst probieren. In dein Ernst jetzt? Vielleicht hab ich dann Sahne. Oh, Tatsache. Guck mal, hier bin ich gekriegt. Oh, ha. Keine Sache. Huch. Hallo. Hallo. Oh, nicht so laut, Sir Donnerfurtz. Du bist voll laut irgendwie, hab ich das Gefühl. Das war ja laut. Das war ja laut. Oh, der Jackie hat so ein zartes Stümmchen. Jackie, kannst du mal bitte Janis grüßen? Ich grüße Janis. Okay, ich bin elf. Ah, guck mal, da fragt jemand. Ach, hallo, Anna. Ich hab noch gar nicht gesehen. Ah, und Gombra, die... HD hat eben gefollowed und da hab ich noch nicht hallo gesagt. Oh. PC kaputt. Was? Oh, da können wir jetzt hier Unheil anrichten bei Raymond. Oh ja, ich bin dabei. Wir können eigentlich auch mal alles. Danke, Jenny, für die Antwort. Wieso? Nein, dem geht's eh schon nicht so gut. Dankeschön, Janitube, für dein Follow. Kennt ihr South Park? Kennt ihr South Park? Na, natürlich. Ich überleg gerade, ob ich meinen Stream anmach oder nicht. Ja, komm, komm. Mach doch, mach doch. Dankeschön, Raffi, für dein Follow. Ich glaube, ich stream heute nicht mit. Nein? Nein. Kein Bock. Oh, willst du kochen? Ich hab so Bock, die ganze Zeit zu kochen. Ja, ich spiel mit. Ja, klar. Das war ja laut. Das ist auch ein Insider. Das war ja laut. Das war ja laut. Tansi, brauchen wir irgendwas? Huuuuh. Entschuldigung. Teller oder Gumpötte oder so. Sahi. Nein, mach auf jetzt. Musst wir eben hier mein anderes Headset anschließen? Nicht schon wieder Sashi beklauen, das geht nicht. Doch. Nein. Der teedet sich doch eh alles. Ja, eben, das ist doch eh alles untrue, was er da hat. Untrue. Untrue. It's so untrue. Ich weiß aber nicht mehr, wo es bei ihm reingeht. Wieso, hat der einen geheimen Eingang? Ja, der hat einen Keller. Waaat? Echt? Wüsste ich gar nicht. Muss mal jemand abchecken hier irgendwo hier. Ben, grüß mal Shaloh. Ich grüße Shaloh. Was hat das geschrieben, der kleine Schlawiner hier? Was hat der, der Drache Drache geschrieben? So. Ja, ich hab das gelesen, Raymond. So ein Mist. Was denn? Ja, sein PC ist kaputt. Er kann erstmal nicht mehr onkommen. Sein PC ist kaputt. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Der PC ist kaputt. Er kann nichts machen. Warte mal. Hallo. Kann sie, check da mal mit ab, wo hier die geheime Tür ist. Keiner da. Hallo. Keine Tür hier bei Sascha. Wo? Warte, ich komm. Ja. Ich weiß nicht, ob es außen oder innen war. Die geheime Tür. Der hat einen Blick auf den Keller. Klack, 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 klack. Aber richtig ist das im Keller. Lalalalalala. Oh. Ich hab's gefunden. Kann sie alles okay, bei Ihnen? Ja. Ja. Wieso? Na ja. Lalalala. Ja, ich hab ja gerade den Keller gesucht. Krass. Alle haben einen Geheimkeller, nur ich nicht. Wieso mein Geheimkeller? Oh, what the fuck? Ah, was ist denn hier los? Krass, oder? Äh, der hat man eben einfach, Alter. Wo seid ihr? Ja, warte. In Saschas Keller. Alter, was sagt der hier alles? Hat er alles erschütetet. Ja, ich komm. Oh, 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 oh. Muss er sein Haus rein? Ja. Ne. Rechts in der Ecke, oder wie? Oh, ich will auch sowas haben. Aber die Lampen leuchten gar nicht. Ja, da war ich da schon drin. Den kenn ich doch. Ich nicht. Da hab ich doch neulich seine Luke versetzt. Ja, ha, ha, ha. Du Schlaminer. Was er noch alles in den Truhen hat. Ja, ich guck auch ständig nach. Hm. Hallo. Hallo, Oliver. Nee, Alf streamt gerade nicht. Hat er gerade gesagt. Aha. Ich, ich finde, eigentlich macht man sowas nicht, dass man eine fremde Truhen guckt. Das ist wie wenn man eine fremde Truhen durchwühlt. Oh, guck mal, Feuer. Oh, Feuerstück. Nein, nein. Guck mal, hier kann man noch weiter runter. Mach das nicht. Hör auf. Ich hab dir auf die Finger gehauen. Hallo. 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 Oh, Gold. Nein, 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 nein. Hier unten sind Farme. Alter, was hat der denn hier unten? Ja, hab ich doch gesagt. Was hat der denn da? Gezahlt. Hey, hey, was machst du denn da? Gezahlt was? Nein, nein, nein. Eine hohe Tonlage ist ein Standardspruch. Sascha hat Salz. Hey, hey, was? Hör auf, das zu klauen. Ich hab das genau gesehen. Guck mal, du. Da, da. Hör auf. Hey, ihr könnt doch nicht einfach Sascha beklauen. Was, das ist so. Man sheetet. Nein. Lüge doch. Hör auf, tu das wieder zurück. So, ich hab's zurückgemacht. Ey. Ja, ich hab's zurückgelegt. Dann lüge doch. Lügst du? Nein. Ben. Ich hab den Stein wirklich zurückgelegt. Den Stein oder noch mehr? Den Stein, den roten, den ich hatte. Und was noch nicht? Den roten, hab ich gesagt. Warum, was ist, und hier unten? Guck mal, da geht's da noch weiter. Hoppast. Hoppast heißt das. So, ich probier erstmal das Feuerzeug aus draußen hier. Hallo, Daystreet-Kuba. Kobra. Dirk, du weißt, was am letzten Mal passiert ist, als ich das Feuer ausprobiert wollte. Mikrowelle. Hey, hi Felix. Hast du dich verpasst? Ja, ich grüße Sarah. Ah, grüße Sarah, ihrem Erbeirat. Hallo, X-Gary Crafter. Hallo, Felix TV. Macht Alf einen Livestream? Ich glaub, heute nicht. Achso, ich hab jetzt weiter. Heute streamt die Zahnzel. Cool. Dann morgen FIFA streamen. Ich glaub, ich stream morgen FIFA. Oh. Ich bin voll begeistert. Oh, oh, oh. Was hat der da? Oh, oh, oh. Hä? Die bin ich hier runtergekommen. Ja. Hast du noch hin mit dem Baum? Scheiße. Ich hab ein paar, ja. Guck da. Wo wollen wir den hinsetzen? Ja, aufs Dach, oder? Oh, Leute. Nee, ich würd eher sagen, wir machen's bunt. Hä? Okay. Soll ich bunte Bäume holen? Ja. Ich hol Erde. Die brauchen wir auch. Okay, ich hol mal. Und roten nehmen wir auf jeden Fall. Einen gelben. Was haben wir noch? Machen wir eine Ampel. Rot, gelb, grün. Oh Gott. Hallo Pascal. Ist auch so karg. Bei uns 100 Kilometer sind zwei Düsenjäger durch eine Schallmauer geflogen. Und du bist nach Gießen gekommen. What? Alf, ich möchte das aus deiner Perspektive sehen. Sagt hier der Oliver. Heute nicht. Ich grüße Malek Mais. Der Dönermann ist da. Yay. Hallo, Ben Masterful. Hä? Was? Was? Ach so. Da. Master. Ich muss morgen arbeiten, aber er ist ja spät, deswegen ist das nicht so wild. Wir könnten natürlich auch oben schon mal mit der Bibliothek anfangen. Wo? Wir haben ja noch ein paar Bücher. Zum Schluss, ne? Mhm. Ja, wir müssen ja auch bald unser Boot anfangen. Unser Boot? Ja, wollen wir nicht erstmal irgendwas beenden vielleicht? Hallo Play for Fun. Herzlich Willkommen. Sehr vorteilhaft. Weil ich habe ja hier noch, ich könnte natürlich auch das hier erstmal zu Ende machen. Das sieht mich jetzt auch gerade noch ein bisschen blöd aus. Drache, wir haben doch schon Schallow gegrüßt. Schallow hat 10.000 Mal gegrüßt, egal. Schadet nicht. Und Janis ist jetzt in Holland mit dem LKW, habe ich eben gelesen. So, das ist jetzt fertig hier. Dann kann ich das ja wieder wegmachen, ne? Oh, nein. Ja, der hat einen LKW-Simulator. Bitte, bitte mit Schokokuchen. Okay, ich habe alles. IVE streamt heute gar nicht, Anna. Der will heute mal Stream-Pause machen. Ja. Ich will einfach mal nur Blödsinn machen heute. Ich will auch Blödsinn machen und man sieht immer alles. Wo ist Jackie denn? Ja, bei dir sieht man alles. Du bist ja noch schön im Keller da, so wie ich das sehe, ne? Hä? Nein. Okay, Streamverzögerung. Ach, hier geht's hoch. Ich komme. Alter, ist deine Community net. Hast du was? Ja, das stimmt. Oh, hier draußen den ersten. Da lege ich auch mega viel Wert drauf und wenn jemand blöd ist, dann darf der nicht auch nicht dabei sein. Wo bist du? Hier oben. Da habe ich schon wieder Mist gemacht. Hast du Wasser? Hallo, Coolheit. Wie so Wasser? Ach, die Coolheit. Pff, Wasserfall. Nee, habe ich nicht. Hier ist ja echt noch nichts eingerichtet. Hast du gerade gefragt, ob er einen Wasserfall hat? Nein, ich mache einen Wasserfall. Achso. Ich will Sascha ein bisschen helfen. Miau, der gerade aber wieder aufs Klo. Hast gut gemacht. Ja, die Bautzen auch schon die ganze Zeit anders arbeiten. Hör, lass mich rüber. Wo setzen wir den ersten hin? Hier so. Was macht ihr denn da? Genau da. Ja, ja, hier. Den roten. Hallo, was macht ihr? Ja, mach den rot. Fang mit rot an. Hallo. Was macht ihr? Wollen wir den reinsetzen, dass du erst Holz rausnimmst und dann Erde rein und dann... Nein! Wie kann ich denn das jetzt hier am besten hinkriegen? Vicky, schläfst du? Achso. Erde. Jawohl. Ja. Welchen Baum jetzt? Rot, grün oder grün? Rot. Okay, hast du Knochen-Ding still? Okay, hast du Knochen-Ding still? Soll ich auch mal gucken? Soll ich mal gucken? Ich geh mal hoch. Hahaha. Ganz oben haben wir auch noch einen Baum oder wo kommt der Nächste hin? Ich will den jetzt... Renn doch deinen Rucksack-Chaos. Warte mal, wie ging das nochmal? Okay, ja. Find ich gut. Ja. Ist das der Chaos-Rucksack? Oh, das ist definitiv der Chaos-Rucksack. Aber Jacky, eine Frage, wieso hat der Sascha Sand im Haus? Ähnlich jetzt so. Ja, der war am Strand und hat seine Füße nicht abgeputzt. Nee, warte. Ja, das kann sein. Anzis Chaos. Anzis Chaos? Angel Fire ist wieder da! Uh! Ja, Angel Fire ist schon die ganze Zeit... Achso, jetzt ist er wieder da. Okay. Hallo, X-Varox. Gruß von meiner Mama. Oh, vielen lieben Dank. Schöne Grüße zurück an Yvonne. Also Knochen-Mehl brauchen wir, oder? Ja. Jolo, Patrick. Hab ich quasi gar nicht hallo gesagt? Hallo, Marek, Craft. Ähm, so lange wie ich luste habe. Ah, stark. So, Zanzis Chaos-Sack. Ja, das könnte man auf jeden Fall schon mal so lassen. Warte, ich will jetzt gucken, was ihr da macht, Manu! Mach nichts. Aua. Mach nichts. Mach gar nichts. Mach überhaupt nichts. Was noch? Noch? Ja, 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 glaub ich euch nicht. Wir verschönern nur. Ja, ja, ja. Wobei, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Dann bin ich ja wieder eine Blöde. Ja. Ich hätte was machen müssen. Ich kann ja nichts machen. Verdammt. Alf, du hast am Mittwoch nicht gestreamt, wo du streamen wolltest. Wie kannst du? Ruh! Habe ich nicht. Habe ich nicht? Oh, verdammt. Dann habe ich auf einem anderen Kanal gestreamt. Wo seid ihr denn? Ähm. Ich bin hier oben. Wo bist du denn? Ja. Komm raus, ruf hier. Ah, dreh dich da! Du bist grad unten rein. Ne, das bin ich. Ne, Santi auch. Ehrlich? Ja. Ich bin hinter dir. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin dein Schattel. Hallo. Achso, warte, ich muss erst mal Feuer, warte mal. Was mache ich hier denn da? Ich will damit nichts zu tun haben. Nein. Wie, Feuer? Jackie, was machst du da oben? Kein Feuer, kein Feuer. Nicht Feuer legen. Ich habe Knochenmehl. Oh, der ist ja schön. Oh, der ist hübsch. Ja. Genau das, was Sascha noch braucht. Musst du meinen Koffer packen? Oh, das ging aber schnell mit dem Koffer packen. Also, schreibt es rein. Dark Maverick. Ich teile mal den Stream. Oh, sehr gerne. Dankeschön, das freut mich. Und jetzt den gelben? Ja, ne? Ich habe meinen schon gepackt, Joe. Anpacken ihren Koffer. Oh, ich will mit. Ganz normalen Eichensetzling. Huch. Wow. Oh, der ist aber... Oh, ja. Der ist aber schön. Oh, der ist aber schön groß. Also, ich meine, aber schön ist er wirklich, oder? Oh. Oh, der ist aber schön. Der ist ja regelrecht explodiert, ne? Hallo, Kazim Toast. Die Mod ist live in the woods. Okay, ist vorbereitet. Auf die nächste Etage. Ja, warte, ich komm, Bruder. Musst du noch genießen. Hm, du nennst ihn so? Okay. Und zack. Jackie soll Schallo auch noch grüßen, so. Ich grüße Schallo. Der sieht bei mir schöner aus. Ja. Oh, das hat was... Ja, hat doch was zu gelbes. Ich geh mal von weiter Ferne gucken. Nadja sagt auch, du hast nicht gestreamt am Mittwoch. Hab ich nicht. Ne. Hallo Ole, herzlich willkommen im Chaos. Ja, das kann man auf jeden Fall... Der ist aber groß. Hast du das gesehen? Ich find das noch recht wenig, oder? Ja. Oh, irgendwie obendrauf fällt noch weh auf jeden Fall was. Kommt Sascha heute noch? Hallo. Ich könnte sonst noch den Zitronen-Gelb-Grün hier holen. Ja, mach mal. Moment. Seltener Katzenbesuch. Ich lauf. Wettkatzenbesuch. Hier. Ich versorge mir jetzt nicht Wasser. Das ist seltener andere Katzenbesuch. Wie? Ja, normalerweise kommt ja immer das Mädchen hier. Da kommt ja immer Amy. Und jetzt hab ich ja Miro hier gerade. Das Mädchen? Ja, die Kleine legt sich immer bei mir auf den Schoß. Aber jetzt ist er mal gekommen. Ich hätte noch so'n Dunkelrot und so'n Lila. Hätte ich auch noch. Hey, Marcel ist da. Ja. Mr. D-Cast, hallo. Oh, du hast ein neues Logo. Hab ich noch gar nicht gesehen. Hey, Mr. D-Cast. Ich hab dich fast gar nicht erkannt. Wieso? Wo? Ähm. Ach da. Oh, er hat ein neues Logo. Wie alt ich bin? Jenny hat's schon bereits beantwortet und Nadja auch. Ich zahle 100 Euro, wenn ich sagen darf. Wui! Was? Du zahlst wem? Mir? Ja. Hä? Was raub ich davon? Oh, wie süß. Ah, der ist ja süß. Ah, nee. Ich will 100 Euro haben. So ist das richtig. Du zahlst mir 100 Euro. Das find ich okay. Nee, du zahlst mir 100 Euro ab sofort, damit ich's nicht sagen. Nö. Dann sag ich andere Sachen. Was denn? Weiß ich noch nicht. Mal legen wir noch. Hä? Ja, der Versuch war okay, aber bricht nix. Ja, ja. Hm. Ja. Das ist ja irgendwie auch ganz hübsch. Kann man aber auch so... Das ist... Oh, was? Was ist das da für ein Ofen? Moment, das muss ich ja mal suchen. Oh, den brauchen wir. Den brauchen wir für die Küche. Was brauchen wir? Nein, den brauch ich nicht ab. Moment, ich muss gucken, wie man den macht. Aua! Was macht denn das Krabi mehr? Wie braucht der Sascha einen Ofen ab? Warum macht ihr das? Nein, natürlich nicht. Du klaust Sachen. Ja. Nein, ich klau keine Sachen. Ich guck, wie man sie herstellt. Moment, ich muss das Krabi mal kurz rumtüddeln. Ein bisschen Tüdelpann. So, den hier brauch ich, glaub ich. Also Sascha, falls du das irgendwann mal siehst... Was? Eisengitter. Ja. What? Ja. Katze im Stream, Miro. Kommt Sascha heute noch? Ja. Ich denke mal, der wird mir schon noch schlafen. Wie, der schläft noch. Ja, dem geht nicht so gut. Wie? Wie? Süßermittel. Nina! Ferien! Wup wup! Heute haben einige Ferien. Einige haben heute Ferien bekommen. Sehr, sehr cool. Hashtag Kabelgetüdel. So, wo krieg ich jetzt ein Eisengitter her? Der Baumlieferant ist wieder da. Eisen? Was? Was reden da? Ganz oben hin? Ja. Wie kommen wir da hoch? Muss was bauen, ne? Warte, ich hab genug Satz. in der Nähe. Warte, ich hab genug Satz. Ich hab genug Satz.